Guten Morgen, Ottilo Imre, Wattemühle Meehen. Ich habe im Family Park 2016 angefangen. Zuerst habe ich als Gärtner gearbeitet und danach bin ich Teamleader geworden. Und seit diesem Jahr bin ich Abteilungsleiter geworden. Und das Schwänze ist Open Control. Wir werden mit Matthias beim Edelstein in den Baum schneiden. Einen guten Halle. Und natürlich gibt es sehr viel Adrenalin und muss man alles zweimal nachdenken, wie und was man macht. Aber das finde ich sehr cool. Meine Leidenschaft ist die Musik. Ich wollte früher Priester werden und habe sehr viel gesungen. Die singen war für mich auch eine Gebetart. Letztendlich bin ich nicht Priester geworden, aber diese Leidenschaft der Musik ist geblieben. Und heute mache ich auch noch die Gebete durch die Musik. Ich komponiere sehr gerne mit meiner Gitarre. Ich setze einfach nur hin, nehme ich meine Gitarre und spiele etwas. Und dann kommt schön langsam eine Melodie raus. Für mich ist es sehr wichtig, dass meine Frau auch sehr musikalisch ist. Meine Frau spielt Klavier. Wir singen sehr viel zusammen. Wir können durch die Musik auch mal kommunizieren. Ich spreche ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist nicht meine Stärke. Aber durch die Musik können wir das auch mal ein bisschen erleichtern. Und die Musik bringt die Familie auch zusammen. Ich bin sehr stolz auf mein Kind, wenn er mit uns zusammen singt und tanzt dazu noch. Das ist ein sehr schöner und unvergesslicher Moment. Meine Meinung nach, die Musik ist eine unsichtbare Verknüpfung zwischen den Menschen. Egal was für eine Sprache sprechen wir. In der Musik können wir immer ruhig und schön gut zusammen sein.